Der Hanif hat ein gutes Gespür gerade gehabt. Ja, es ist meistens Raffi 90% Teil, seitdem es die geklappt hat. Ich glaube ihr nämlich am allerwenigsten, dass die sich verläuft und da unten war eine Sackgasse. Du, ich habe die wirklich verlaufen. Ich habe mich wirklich nur verlaufen. Ich kann es übrigens nie sein, ich habe einen Käse auf dem Kopf. Ja, du wirst es nie machen. Du hast einen Käse auf dem Kopf, du bist ein Döner. Entercode oder immer noch derselbe? Ich habe den Kopf noch gerade reingeschrieben. Achso, sorry. Ich habe einen Käse auf dem Kopf, ich bin ein Franzose oder was? Ja. Ich bin ein Römer. Ich bin ein Schweizer. Ich bin ein Römer? Oder Holländer. Okay, alle wieder da. Nöken, nöken und so. Nöken, nöken und so. Nöken, nöken, nöken. Nöken, nöken. Einen, ja. Und ich bin diesmal nicht. Jetzt kommen rüber an hier. Mehr nachzudenken. Hoffen wir es. Weil mit zwei gehen die Runden zu schnell. Nöken. Nöken. So, immer schön in der Gruppe bleiben. Schön in der Gruppe. Muss ich hier was tun? Nee Oh Gott Ich hab jetzt irgendwas getan Ich war jetzt mit irgendjemandem hier Unnutz in einer In dem Raum drin Ich werde bestimmt beschuldigt Ich werde beschuldigt Ich bin aber noch nicht raus Das hier? Nee, hier, hier Na komm hier Sag mal, ich muss doch hier hin Ich muss hier unten hin Aber vor allem hab ich eben alle Quests gelöst Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht Ah, guck mal, hier ist der Computer Oh, cool Bam, 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 bam Boah, es ist ja hier Ultra Task complete Kein Stein durchfliegen lassen Ohne mich Wer das Raumschiff schon lange gekentert Geentert Gedingst Ah, was haben wir denn hier? Na komm hier Oh Task complete Oh Gott, oh Gott Oh Oh Ich glaub, der Chor ist tot, ne? Das war ein rot-gelber Ich glaub, der Chor hat's erwischt Okay, der Chor Voll an der Leiche vorbeigelaufen Hä? Ich hab Halles? Also, ich weiß auf jeden Fall Also, Hallef war da der Der Chor vorbeigegangen ist bei mir Sekunde, der Hallef hat doch Der Hallef kann als erstes sprechen Der hat gerade Der hat gedienst Genau Ich bin dann runter Richtung Reaktor Weil da die zweite Quest war Hier mit dem Kippschalter Und bin erst an dem vorbeigelaufen Wundern mich noch Warum ploppt denn da auf einmal Report auf Und dann Moment, das ploppt nur auf Wenn man eine Leiche sieht Geht zurück Und dann liegt der da Ich kann aber ohne Scheiß Nicht genau sagen Wer da vorher war Wir sind vorher an der Schleuse Entgegengekommen Fabi und Stone Aber Sehr dicht beieinander Ich kann es Nicht eindeutig sagen Stone kann ich Ich weiß aber Der war die ganze Zeit bei mir Ich weiß aber Dass Ruffy oben stand Mit Benny Und mit mir Mit Gravy Ich war die ganze Zeit Mit Gravy und Ruffy Ich kann sagen Dass es Rainbow nicht war Weil sie hat Communications gemacht Und Mad Bay Das habe ich beides gesehen Ich weiß übrigens Wer der Mord ist Wette Chor Hat sich selber umgebracht Du kannst dich doch überreden lassen Es gibt Politiker hier Die können das Also Ruffy, Flaunet und ich Waren oben beim Reaktor Und ich häng immer noch In dieser Scheißaufgabe fest Manche auch Haben sie nicht geschissen Naja Die Map ist auch schon wieder Amitaya, gute Nacht Wie lange der dauert Ich hab's nicht kapiert Dass man mit dem Knopf drücken muss Um weiter zu kommen Die Map ist ein bisschen Verbreitet Viel Spaß Also wir haben noch einen Platz frei Wenn ihr ins DS kommt Wenn ihr das DS habt Wenn ihr ein gutes Mikrofon habt Könnt ihr gerne mitspielen Einen Platz haben wir noch Wo gehe ich eigentlich jetzt gerade hin Ja, kann ich machen Ich will erstmal hier runter gehen Und dann gehe ich gerade mal zu diesem einen Dingensbummensgerät Hier war das, ne? Hier ist das richtig? Nee Wie komme ich denn da hin? Oh nee Nee Nee, kein Stress Ich kann mit Stress nicht umgehen Ich werd immer so nervös Ähm Oh Gott, der Benni ist ja hinter mir Geh weg von mir Oh Oh Wer ist der Braune? Oh Wer hat gefunden? Oh Papa ist tot Ich habe Pau Pau gefunden Sie lag unten in der Cafeteria Ich bin gerade von oben wieder gekommen Und Wollte nicht den direkten Weg nehmen Dann lag sie da Der Kaffee ist nicht gut Der Kaffee ist nicht gut in der Cafeteria Ich war jetzt gerade an einem Schaltkasten Ich glaube Benni oder so ist noch gerade an mir vorbeigelaufen Ich bin gerade mit Dex zusammen Wollt mir zum Reaktor hoch Was strange war Die Richtung war ich auch Ich war gerade noch an der Vending Machine Und dann ist Stone kam aus dem Aus diesen Regalen da oben drüber raus Ist runtergegangen Ich dachte Ah ist da eine Quest Guck runter Oh da ist ja doch eine Quest Dann war da dieser mit diesen Asteroiden ballern Habe ich die geballert Ich habe aber Stone nirgendwo gesehen Ich war hier nach oben zum Dingsbums Hier diesen Alarms Du bist aber vorher runter Nee ich bin runter zu diesen Apparaten Dann ging das los Mit diesen Alarmen Dann bin ich nach oben los Dann hättest du mir die Arme laufen müssen Also Bei mir ist ganz klar der Benni nicht Benni ist mit mir hochgelaufen Und hat nichts gemacht Warte warte Ich hab dich gar nicht gesehen Halef Wo warst du? Wie gesagt unten oder Bei mir haben zig Leute gesehen Ja ganz unten rechts War ich hier dran Als ich mit dem Apparat dran Und von dem Apparat aus Wo warst du da? Ich hab dich gar nicht gesehen Nee ernsthaft Ich hab dich nicht gesehen Click to Spice Ich hab erstmal Stone geworselt Die Quest war nämlich links Nee rechts an den Schalter war ich dran Ganz rechts an der Wand Oh Stone Du kriegst aber ganz viele Wertungen Ja ja das trotzdem nicht Bei 3 ausgebaut Wir haben übrigens gleich noch einen Mitspieler Bevor ich es vergesse Also nachher nicht neu starten Neue Runde mit dem Letzten Mitspieler Wo warst du jetzt? Hier unten war ich jetzt Bei den Schalter hier Bei den da So Was muss ich machen? Ich muss Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Wieso bin ich in der Cafeteria? Okay Da weil es ja Da gestartet ist So ich lauf mal wieder mit Benny Benny ist für mich safe Aber ich könnte ja eigentlich mit Benny Warte mal ich geh mal mit Benny hier unten lang Der Stone ist Halef Ich geh mal mit Benny hier lang Ich muss doch glaube ich Oh Gott Ich muss hier hin Ha ich muss ja sogar hier hin Sehe ich gerade Hoffentlich werde ich jetzt nicht gemeuchelt Von irgend so einem bösen Menschen Muss ich hier überhaupt ganz hoch? Ja Ja es ist gut Ich bin sauber Ein bisschen Schweiß ist das Aber ansonsten ist alles gut So jetzt hier lang Hier Der Grave ist mit mir hier drin Okay Der Grave Der bewegt sich viel zu Habt ihr zu sehen? Das ist der Grave Was auf Ich bleib mal ganz kurz Guck mal Ich bleib mal ganz kurz bei der Bei der Ruffy Ich glaub Der Grave ist das Ich hab Angst vor Ruffy Fabi Oh Gott Ich bin hier ganz Ganz alleine jetzt Oh nein Der Stone hab ich auch schon lange Nicht mehr gesehen Oh mein Gott Der Stone hab ich schon lange Nicht mehr gesehen Schreib mal Ausrufezeichen Schuld in den Chat kurz Dann wisst ihr glaub ich Wer schuld ist So Quests Hab ich hier noch zwei hier unten Oh Gott Ruffy ist wieder bei mir Oho Oho Das war Benny glaub ich Wer wurde gefunden? Benny wurde gefunden Benny Benny Von Grave Grave darf als erstes Ich hab den grounded In der Schleuse gefunden Und da kam gerade der Halep Aber raus Alleine Das ist richtig Der war hinter dir Fabi Nee der war hinter dir Genau Also bei mir war gerade Dex Im Reaktor war Fabi Und Halep war noch in der Schleuse drin Er ist mit mir zusammen Rein Benny kam von oben Dann ging die Schleuse wieder zu Und ich bin oben raus Was danach passiert ist Weiß ich nicht Aber dann muss ich was sagen Ich werde dessen am Reaktor Und ich war oben Und hab nochmal die Sturm zuvor Da sehste ich gerade Genau Jetzt muss ich was sagen Da hab ich gerade nur ein Tast gemacht Der Grave Wie siehst du denn was Der Grave ist die ganze Zeit Hinter mir her gekrochen Wie so ein Geist Immer hinter mir her Dann hab ich mich an Ruffy Dann hab ich mich an Ruffy geheftet Nee ich hab der Ruffy nicht vertraut wieder Und dann hab ich dich Wenn du in der Nähe bist Dann macht sie schon mal nichts Ja ich hab Dex nicht voll zu traut Weil Dex die ganze Zeit hinter mir war Aber Dex war eben hinter mir Ich hab mich an dich geheftet Weil der Grave immer hinter mir her war Die ganze Zeit Ich hab immer versucht bei euch Also ist mir ganz egal Das ist für mich der Grave gewesen Aber Aber sowas von Der ist doch so 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 Der Grave hat Aber wie gesagt Halif kam halt als einziger Aus der Schleuse wieder raus Aber ich weiß es Und wie er auf dich zeigt Nein ich weiß Du warst halt eigentlich an der Schleuse drin Also für mich hat Grave den gemurdert Und hat Dreck gereportet Aber ich weiß Ich weiß es gibt noch Ich hab keine Ahnung Bei mir ist es egal Weil mein Bildschirm gefreezt ist Also beziehungsweise Ich seh nicht mal den Abstimmungsbildschirm Ja Na ahno Ja ich hab jetzt mal geskippt Ja ich auch Passiert ja glaube ich nichts ne Nein Also ich hab dann 3 Viel Spaß So Okay Das Don't steht so So nah neben mir Das muss das Don't sein Also ich hab hier ne Quests Hier vorne zu tun Okay Machen wir die Quests kurz hier Oh Wow Das ging aber super schnell What Hä Da lag der Bendy Der Bendy Der lag in der Schleuse Äh Grave Sowas von Sowas von Ich bin gerade runtergegangen Ich stand neben Den hatten wir Den hatten wir gerade Bendy hat doch eben gerade erst Hä Ja er hat gerade den links gedrückt Er hat gerade Button geschnasht Also vielleicht will Harlev um den Gravy rauskicken Aber wieso siehst du denn seine Leiche Wenn der schon Da lag Vielleicht liegt es an deinem Freeze Ja vielleicht liegt es an deinem Freeze Ja Auf jeden Fall sind wir eigentlich schon ne Runde weiter Ja ja Wir sind schon noch Ein Toten weiter Vielleicht will wir jetzt Harlev Gravy rauskicken Weil wir ihn jetzt Harlev rauskicken wollen Genau weil ich ne Leiche sehe Die ich vorher schon fabriziert habe Weil eigentlich sind die Leichen weg nach dem Voting Achso Achso Dadurch konnte ich ja erst draufklicken Ah ja gut dann liegt es an Freeze Mach Skip Boat Das war nur ein Bug Das war ein Bug Skip Grave is this Grave is this Grave is this Einfach nochmal einstechen Grave Grave Also Leute Na nachher Grave Ready du S*** Grave is this Ja Grave is this So ich muss jetzt meine Quest machen Bitte Wo bin ich jetzt hier So Oh der Fabi Oh ich muss mit denen bleiben Ich hab Angst vor denen zwei Kommt mit Ich muss ne Quest machen Das ist so geil Guck Bleib bei mir Bleib bei mir Okay Okay Oh die Angst haben Ich hab Angst vor Harlev Ich hab Angst vor Papi Die mördern mich Schnell weg hier Oh Gott Oh Gott Guck mal Guck mal Guck mal wie die Werte Bei mir bleiben Geht weg hier Das sind zwei Mörder Der eine ist der real Mörder Und der andere ist einfach der Hobby Mörder Der eine ist der Gärtner Und der andere ist irgendwie Keine Ahnung Der Postboater Geht weg hier Oh nein Es ist dunkel Oh nein Es ist dunkel Ich hab voll Angst Okay 9 8 5 2 6 9 8 5 2 6 Es ist geblüht Schock Oh Gott Jetzt krieg ich Ärger Ich wimper ich es Ich hab uns heute hier zusammengerufen Also ich glaub ich weiß wer es war Weil Weil der Stone Keine Ahnung wie der zu uns Nach oben zum Reaktor kam Ja das hab ich auch Weil Rafi und ich waren in der Schleuse drin Als einziger Und es war sonst keiner da oben drin Und es kann nur sein Dass der Stone Wenn dann über den Über den Lüftungsschach reinkam Der war nämlich plötzlich bei uns Da war ich immer auch sehr verwirrt Alle von Dex Alle von Dex Könnt es nicht gewesen sein Dem war ich bis eben gerade Ich hab mich so nervös gemacht ey Meine Herren ey Ich dachte mir so Oh nein Die klebt mir so an dem Am Visier Die zwei Das ist schrecklich Dann haben wir ja nur Stone Und was sagst du zu deiner Verteidigung? Nix Gar nichts Er war es Er war es Mörder Mörder Du musst auch noch voten Ich kann nicht voten Wie der Freeze? Ja der Also ich sehe den Task bevor ich bin Und das war es Ah Muss dann auch Machen wir mal nochmal Reconnecten Ja Da müssen wir einfach fortsetzen Ja Und wie ist es vielleicht Das Wetter so Das Stone war plötzlich Bei uns irgendwie Ja das war sehr sehr verdächtig Übrigens Ich hab dann versucht Das war ein Task Kondividet ne Dann gehen die noch die Lichter aus Ich bin mit meinen schon durch Ich kann nichts mehr Ich muss nur noch einen machen Aber wie soll ich Wie soll ich Task machen Wenn Halif und Amitazum Bei mir Am Rücken kleben Die ganze Zeit Ich hab mich so nervös gemacht Und es ist Wir sind die ganze Zeit Bei dir gewesen Ja das Problem ist Bei dir sind Jetzt stehen wir vor Einer geht weg Dann kriege ich Dann gehen die Nackenhaare hoch Wenn der andere weg ist Ja sorry Ich musste aber noch ein Task machen Am Ende der Welt Das wäre ich nicht weggegangen Oh Stone du bist es gewesen Du Mörder Mörder Tschüss Stone Mörder Ey die ganze Zeit Hängt der in den blöden Lüftungsschen Sacken Mörder Echt jetzt Ich hab sie gesehen Als geil Vor allem ich gehe in die Wo Gravy mich gefunden hat Aus der Schleuse Ich wollte auch hoch Weil ich da noch Ja Direkt in der Schleuse Direkt am Eingang Ich wollte auch hoch Weil ich eine Quest hatte Und auf einmal springt er da raus Und macht mich mit Ey in Zunge Erstmal durch die Löcher Äh quitten Und dann auch neue Karte Oder die Karte ruhig lassen Erstmal Die Karte was wir lassen Ja Mixed Dragon Mixed Dragon aus dem Eingangsbereich Kann auch noch hochgezogen werden Juhu User was moved to your team Hallo Mixed Dragon Hallo Sind wir eine Fotopube sogar Hallo Guten Abend Jetzt können wir mit zwei Impost dann machen Also quitten Quitten oder ist es Play again Weiter Play again Quitten 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 Ich sehe eigentlich gar nichts Ich hab voll die Maske über dem Gesicht Ja Ja theoretisch Ich glaube Stonebomb hast du dich nicht mehr verteidigt Hast du dich wahrscheinlich bemühtet Weil ich in Hütte war Stonebomb Ich kann es mir nicht vorstellen zu reden Ich war das nicht Ich bin doch den ganzen Mal durch den Wind durchgegangen Wow Weil wie du mich nicht getötet hast Mit der scheiß Alien in Zunge Ich bin wieder Joshi Juhu Alter Chor sieht aus Fall out Finde ich gar nicht Schlimm an den Wänden ist Wenn du rauskommst Du weißt gar nicht wer noch alles drin ist Ich dachte was wir bei der Oma Lein auf einmal Pup Wer ist verlappt Ja deswegen war ich so gerade so Auf der Stone her Rainer Mieser Dreck Ich hab mir so gedacht Du bist danach getötet Ich bin jetzt gefühlt Ich bin jetzt gefühlt Hier rum Es ist gestorben Spurz Verschwinden Nicht zu lange nach 10 Minuten Das Lobby zu Also Hättest du es auf Handy gehabt Hätten wir weiter spielen können Ich hätte an einer Stelle einen der beiden getötet Und es auf den anderen geschoben Töten und instant self-reporten Ich versuche ganz ehrlich Du hast ja auch Missionen Aber du kannst ja selber ja keine Missionen machen Ja du kannst nur Du musst das quasi so tun Das habe ich vorhin in der ersten Lobby In der ersten Map die ganze Zeit gemacht Stand an den Sachen wo ich genau weiß Da kann mir niemand nachweisen Dass ich es nicht gemacht habe Ich muss das mal für Kato checken Da sind Punkte auf die wirklich gehen Ich war mir bei Grafie auch wieder nicht sicher Ob sie es ist Ich dachte Das kann nicht zum hundertsten Mal in Folge sein Fussi sagt doch auch jetzt gerade gar nichts Fussi sagt doch auch jetzt gerade gar nichts Ich sage doch auch jetzt gerade nichts Ich bin einfach nur höflich Ich lasse die Leute ausreden Erst recht wenn wir so viele hier sind Wir müssen auch in diese Regel mal Ich hole was für die Wir müssen auch mal diese Regel einhalten Der der reportet spricht als erstes Ja Damit er ausreden kann und nicht Denn alle gleichzeitig los Also bei mir ist es ganz klar Der hat ein Partyhut an Das geht ja gar nicht Damit halt erstmal geklärt ist Ja die Leiche wurde jetzt da und da gefunden Kannst auch noch Und der kann ja dann auch sagen Ich habe zum Beispiel Oh dieser kleine Hund Der kleine Hund Mit dem einen Auge Der ist gut Wo er mal drauf achten Der hat zwei Augen bitte Ja der hat nur eben zwei die Einige Pads die sind traurig Wenn derjenige der mit dem Pad rumrennt stirbt Dann sitzen die da oder gucken traurig Die bleiben auch da wo der Wo die Leiche dort ist Genau Und was auch ein bisschen blöd ist Man sagt wir haben jetzt nur einen genommen Weil es viele Neulinge sind Aber für den Neuling der alleine ist Das ist natürlich auch ein Scheißer Ja ja Aber für euch Wir hatten das Spiel noch mal Ein, zwei Runden irgendwie mit einem Spinnen und dann können wir ja mal auf Zwei wechseln Weil wir sind jetzt eine volle Zehner-Truppe Da ist ein auch ein bisschen zu wenig Aber wir hatten vorhin Als Raffi glaube ich Auch noch im Poster war War der Reaktor Meltdown Und es war gerade so eine Sekunde oder so Da hat der Ground gerade noch recht Ne ich bin auf der anderen Seite gerade hingerannt Und da denk mir so Oh fuck oh fuck oh fuck Das war super knapp Also da müssen wir echt gucken Dass wir da früher das Zeug machen Ja vor allen Dingen Bei mir kam dann die Hektik Ich hab drauf gedrückt Und da hab ich den Task abgebaut Und da denk mir so Fuck die Reaktor drauf gedrückt Und da hab die Hand gerade noch so drauf bekommen Ach dann was macht denn jetzt Du meinst als Raffi dem Poster war Also in jedem Spiel Die Raffi ist doch immer die Mörderin Ich hab immer Angst wenn die an mir vorbeiläuft Soweit Rosa kommt lauf ich weg Ich mach für sie Ich mach großen Bogen drüber Ben kannst du starten Komm Mörderin mach Mörderin Wir müssen mit Pau Pau Pau? Ich bin da Achso Wer jetzt ein Poster ist Wir sind ja Raffi noch mal Ich bin zu sofort rum Ich bin da Okay es ist Raffi Ganz klar Man hat sofort gesehen So ist das die gleiche Karte Wo bin ich? Wo startet man eigentlich? Immer hier unten ne? Use Das Gute An diesem Teil Können die Leute sehen Dass man kein Mörder ist Wer ist dabei jetzt? Grün ist da Rot ist da Rosa ist da Gro ist da Okay Grave hat auch eine Quest gerade gemacht Alle sind noch da Der Chor ist allein hier Was soll ich überhaupt hier machen? Irgendwas hier hinten Chor war alleine Ah hier sind auch noch zwei Die Raffi steht auch hier Okay Oh ist das schwer Wo ist die nächste Quest? Hier vorne Äh Wie geht das? Wo steht die Nummer? Oder muss einfach nur Eins Zwei Okay Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Okay Aleph Raffi Na? Mach die Türche auf Mach die Türche auf So jetzt bin ich irgendwie alleine Ich mag das hier nicht so alleine Lang zu laufen Es ist gefährlich hier Es ist ja gefährlich Sag ich euch Der Grave Sollen wir den mal ein bisschen nerven? Wir laufen den mal mit daher Ich bin hier Äh 05065 05 Oh nein Äh 0 6 5 Äh 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 Wo muss man wieder hin? Da auch? Wo muss man eigentlich immer hin? Ich raff das einfach nicht mit dem Hin Hier Hier Ist das das Richtige? Ne Ist das wieder eine Task Oh Gott Wo muss man eigentlich immer hin? Erklärt mir das mal Leute Wo muss ich immer hin? Irgendwie da hinten Ah ist schon gemacht worden Wo läuft man eigentlich hin? Also hier Das ist die Karte Läuft man hier in den Reaktorraum Oder was? Und muss man wieder alles anstellen? Oh da Der Fabi Ganz alleine Der macht Der macht mich nervös Äh Was ist das? Wie geht das? Achso Okay Reaktor Müsste Okay Okay Ist noch nichts passiert Aber alle so gut zusammenlaufen Diesmal Diesmal finde ich das Ich bin hier Oh Pau 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 ist tot Ich glaube es war Benni oder Mixed World Ich habe nur eine blaue Farbe Hier oben so zu sehen Wo war das denn? Wo war das denn? Oben in Strom Du musst da Ganz Ich habe gerade Wo Korr steht Links oben Durch das Also war ein Reaktor Genau Ich habe gerade die E-Mails hochgeladen Ich habe da nur was für das Haus gesehen Und ich war am Strom Also ich muss ganz ehrlich sagen Alle Farben habe ich gesehen Alle Farben Außer Mixed Dragon Das ist die einzige Farbe Die ich nirgendwo gesehen habe Also ich bin mit Harlev und Rafi Wieder aus dem Aus dem Die Kontermination zu uns raus Ich weiß es nicht Wo warst du jetzt im Rechenraum? Ich war da wieder hoch Da bei Korr Ich weiß nicht was das ist Da ist so ein Gartenanlage oder sowas Ja da Mixed Weg war es dann Ich habe eine blaue Farbe gesehen Dex kann es auch nicht gewesen sein Weil der hat definitiv Mad Bay gemacht Nein Pau Pau Killer können sich nicht gegenseitig töten Doch können sie Wir haben auch nur einen Killer Immer noch Können sich gegenseitig rausvoten Das wäre geil Die Killer können sich gegenseitig Also ich habe eine hellblaue Farbe Direkt oben links Tschüss So Habe ich alles gemacht? Ne Ich muss da hinten drüber Ich bin nervös Okay Rafi Wenn die Rafi da ist Dann muss man laufen Echt einfach laufen Wenn die Rafi da ist Lauf, lauf, lauf Das spielt sich ganz gut mit der Maus Ab und zu bleibt man ein bisschen An so kleinen Kanten hängen Aber sonst ist das eigentlich ganz okay Ah hier ist es Mein letzter Task ist das glaube ich So So War es das? Ah da kommt noch einer da oben Wir müssen mal drauf achten Rafi war alleine Die ist gerade eben bei mir hier rumgerannt Fabi und Okay die bleiben in der Gruppe Alles gut Ich habe gesehen wie der Grave gerade so noch so Der Dex Der kommt sonst mit Ich bin so nervös Was macht die Rafi da ganz alleine? Stone Der Stone Mir geht das Ding hier auf Hallo Benni Wir sind alle da doof Das ist so geil Alle gucken sich doof an Was ist jetzt? Guckst du dir an Alle haben Angst Guck wie der Benni guckt Wie geil ist das Leute Guck mal Es wird immer mehr zusammen Alle wollen Alle wissen dass es Vielleicht nicht sind Oder doch irgendjemand dazwischen Und alle bleiben jetzt hier Ah ok Halif kann es schon mal nicht sein Halif kann es nicht sein Jamo Danke fürs Followern Mr. Kabatz Kabatz Dankeschön Ok Ich bleibe bei Halif Halif ist Halif ist safe Halif ist safe Ich bleibe bei Halif Huch Habe ich eine neue Quest bekommen? Warum ist der Pfeil hier? Oh ist das schwer Für den Für den Für den Wieso Was kann ich Muss ich da noch näher ran? Ah 2 1 7 Ey Ok Oh Schock ey Mann Ich kriege immer einen Schock Wenn dieses Blinken kommt Es war zu ruhig Ich habe nirgendwo was gesehen Ich habe einfach sicher Jetzt selber mal gedrückt Um zu gucken Ob jemand gestorben ist Rafa ist tot Rafa ist tot Nein Ihr war vorher noch nicht tot Deswegen Also Denk Wenn du dich jetzt beschweren möchtest Warum ich dir hinterher gerannt bin Ich habe keine Aufgaben mehr Also fange ich an dir zu stalken Deswegen Ich habe auch Korra du warst doch Wir waren doch unten rechts gerade gewesen Bei diesen Stromdings Da kam doch auch Mixed Dragon bei mir Als ich oben kam War er auch da Ich bin als erstes Der ist hochgerannt Der ist unten bei dem Coms gewesen Und ist dann hochgelaufen Also Vor allem beim Greenhouse auch Nur Fabi, Mixed Dragon und ich Ich habe ihn nicht weiter mehr gesehen Wir können übrigens Wir können uns übrigens rauswählen Benny ist es nicht Ich bin es nicht Harlef ist es nicht Amitarraso ist es nicht Also Fabi ist es nicht Das sind die vier Die sind immer zusammen bei mir gewesen Und wir haben sogar Quests zusammen gemacht Also vier sind schon mal weg Stone, Core, Grave und Mixed Dragon Ich habe das gleich entdeckt die erste Korra guckt unten rechts Also ich habe keine Aufgaben mehr Ich renne nur noch rum Und gucke nach Leichen Also ich wäre auch für Mixed Dragon Den sieht man am wenigsten Den sieht man Ich war irgendwie alle Ich war unten Mit dem Mixed Dragon Ich laufe hoch Die waren noch alle unten Auf einmal bin ich oben angekommen Da stand der schon da Ich bin für Mixed Dragon Den sieht man am wenigsten Von allen Alle siehst du irgendwo rumflitzen Außer Mixed Dragon Ich habe bisher auch alle gesehen Hast du Mixed Dragon noch genutelt oder? Oh Mixed Dragon Oh Mixed Dragon Oh Mixed Dragon Ich glaube du bist das gewesen Er ist wirklich beim Unten beim Coms gewesen Oh Mixed Dragon Ich habe es doch gesagt Ich habe eine Hilfe oder Ich bin da überrascht Aber wer ist ein Kill Ich kill den Oh Scheiße Warum immer ich als erstes Und du noch nicht Und du noch nicht als erstes Weggemacht Meine erste Runde Das ist auch der Mörder Ja toll Aber auch echt schwer Dann die erste Runde Das ist auch echt schwer Wie funktioniert das eigentlich Mit diesen Luftschächten Kann man sich das aussuchen Wo man rauskommen möchte Ja ja Du musst immer warten Bis jemand in der Nähe ist Und dann da rein Ne muss nicht warten Damit wir sehen man Du hüpfst da nicht automatisch raus Sondern du musst noch mal Darauf drücken Dass du dann rauskommst Du bist so lange im Schacht Also erstmal safe Ach kann ich auch zurückgehen dann? Ich glaube Du kannst auch wieder zurückgehen Gleich Du kannst Du kannst Du kannst Du kannst Die ganze Zeit Und außer Leute umbringen Muss ich da nichts anderes machen Oder? Du kannst Sabotieren Sabotieren Damit die Leute dann Vielleicht das verpennen Aber wo kann man das Sabotieren Wo macht man das denn Wenn du richtig gut bist Versuchst dann auch Die Task zu Schauspielern Aber wie macht man Wo kann man denn Sabotieren Also kurz Ich erklär es kurz Du kriegst Sabotage Die Karte geht auf Dann wählst du Einzige Sektoren aus Ist egal wo du bist Du kannst auch Türen zumachen Du musst einfach die Karte Du rufst dann mit die Karte aus Du kannst Leute einschließen Und über den Vent rein oder so Ja Ah ok 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 Was hab ich noch nicht gesehen? Ok Es steht unten rechts Ok Also ich bin ready Jop Jop Wir können Jop 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 Buffy ist es wieder So Check Check this out Wo sind wir Wir sind es nicht Aber wir haben hier direkt Eine Task Ehrlich muss ich jetzt die ganze Zeit warten Hör mal meinen Nacken Der in meinen Nacken Haare gehen hoch Wenn ich jetzt hier Was Ich sterbe doch gleich Ich werde jetzt gleich Als erstes gemeuchelt Das ist ja eine böse Das ist eine böse Task Das muss ich ganz ehrlich sagen Oder muss ich noch was tun Was ich nicht gemacht habe Nö Achso ich kann weitergehen Ehrlich Sicher Ah ok cool Das ist super Weil ich glaube jetzt hier keine Zehn Stunden lang Das ist ja Ist ja Murder death kill Ok gehen wir weiter Schönes Bild übrigens hier Ich bin so alleine hier Das mag ich gar nicht Oh Gott Ähm Da unten Nee Nächster Raum Da Da gehen wir mal rein Ah cool Das ist cool Wenn jemand hier ist Dann kann man sich wenigstens Ne So Ich bin ein guter Das ist gut Das gute Und das Guck mal Ja jetzt hat mich jetzt gerade jemand gesehen Stone hat mich gesehen Stone hat mich gesehen Dass ich gerade eine Quest mache Das heißt Oh der killt mich Ok cool Oh Gott 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 Ok Die sind ziemlich viele hier Ich glaube Was ist das Pau Pau Chor habe ich gesehen Grave habe ich gesehen Wo glaube ich überhaupt hin Mixed Dragon Schon wieder hier Grave macht die gleiche Quest wie ich Karte 3896138961 Und Koa macht auch Koa ist Nene Jetzt bin ich wieder alleine Nein Gibt es hier eine Quest die ich machen muss In der Cafeteria Oh der Koa Muss ich hier was machen Ich muss hier unten runter Ja hier unten links So wer ist denn das hier Ist der Benny Und der Halef Und der Benny 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 Halef Ok Die Waffe ist es nicht Die macht nämlich dann wirklich eine Quest Hoffe ich doch mal Das ist das Ok Oh der Halef Habt ihr das gesehen der Halef Habt ihr gerade Halef gesehen Habt ihr das gesehen Oh Ja Ja 100% Halef Der war die ganze Zeit Du Er Der war unten am Balkon Ich bin die ganze Zeit Da reingegangen Ihr seid da auch alle durch Decks Gramey und bla 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 Chat Chat was hab ich gerade gesagt Chat was hab ich gerade gesagt Ich hab gerade gesagt Das ist der Halef Und es ist da ein Vent drinnen Ich hab auch gerade gesehen Ich Du kannst Oh Mixed Dragon Mixed Dragon Dein Mikrofon Newton Ja Ok Was hast du gesagt Du kannst dann nur Aus zwei Türen rauskommen An dem Balkon Wo du den Task gemacht hast Ich hab das auch gesehen Und dann warst du auf einmal weg Und da ist ein Vent in der Mitte Also Hä Ich bin mir ganz sicher Dass Halef gewesen ist Ich bin an den Decke vorbeigelaufen Mit Ruffy Den Dings oben lang Den Flur Kannst du dir bestätigen Also alle haben irgendwelche Tasks gemacht Außer Halef Der ist immer irgendwie hoch und runter gelaufen Die ganze Zeit Den Weg hoch und runter Ich bleib bei Halef Der war auf einmal nicht mehr in den Balkon drin An der Dekontamination gewartet Ich bleib bei Halef Das ist ja auch Benni und der redet sich gerade raus Deshalb drück ich einen Emergency Knopf dafür Ja Obwohl nicht einmal einer gestorben ist Weil er keinen Kill kriegt Ne ich hätte schon die Chance gehabt dazu Der Halef stand vor einer Dekontamination Am Dekontamination Hat gewartet Also ich hab wie gesagt Halef war an dem Balkon drin Und war auf einmal nicht mehr da Hä Ich bin rechts raus Andex vorbei Hoch den Flur hoch Mit Ruffy zusammen Ich stand die ganze Zeit in der Mitte Ich hätt das sehen müssen Ruffy kam mir entgegen Ich hab nur Ruffy Ich hab gesehen wie Gravy rauskam Was? Ruffy war doch mit mir im Flur Oh Gott Oh Gott Halef du Mörder 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 Ach du Keinste Aaaaah Ich machs nicht Mörder 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 Schwer Mörder 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 Sie macht sich gerade den Smiler, den Joker, den Joker, das Joker grinsen gerade mit ihrem eigenen Messer. Moment mal, wenn Ruffy gecallt hat, die ist gerade in diesen Formen unten rein, in die Mitte, als ich raus bin, da war aber keine Leiche. Vielleicht hat sie was gesehen, was du vielleicht getötet hast. Ich glaube Ruffy, Ruffy hat glaube ich gerade ein Mikrofon. Wahrscheinlich, genau. Ah, da ist sie wieder. Ruffy? Ja, ich sollte mein blödes Mikrofon mal entmuten. Wir haben das Mikrofon auch. So, nochmal. Ich bin gerade zu deiner Taske gegangen, zum Lichtschalter hoch und dann lag da Popas Leiche. Hast du irgendwen gesehen auf dem Weg? Nein. Das ist ja das Dupe. Hat Halif nicht gerade gesagt, er hätte nicht gesehen, wie du da rein? Ich bin nur noch unten rechts. Hm, Halif? Beziehungsweise unten links. Ich verwechsel dich so. Ich schmeiße mir Halif aus der Lube. Ja. Ich kann nur sagen, dass die Popas Leiche gerade auf meiner Nase hat. Aber sonst hat keiner noch gesehen. Das Skiboot gibt irgendwie noch nicht zu. Also ich bin ganz sicher, dass es Mixed Dragon war, hat Pau-Pau geklärt und Pau-Pau hat noch so beim Runterfallen Mixed Dragon getötet. Also es sind sie alle beide. Okay, okay, Dex. Jetzt schlafen. Boah. Ich skippe. Ich skippe auch. Pau ist tot. Und? Hauptsache Dex. Hey! Der obligatorische Dex-Boat. Warum? Oh, tief macht Lava. Oh cool. Die Map ist super. Oh Gott, Lava. Hey, Lava nicht. Tschüss. Sound muted. So, ich musste sowieso hier rüber. Hier runter. Chor ist da. Hier, hier. Ah, okay. Hier ist was. Ah, wir müssen uns was downloaden von The Office auf der Tablet. Hallown! Hallown! Ich weiß nicht, ich habe PVE nicht eingestellt. Das hat der, äh, das hat das Spiel automatisch, äh, Twitch automatisch. Wo muss ich hin? Wo muss man denn eigentlich immer hin jetzt? Ich hätte keine Ahnung, ne? Laufenden Pfeilen mal hinterher. Weil die Pfeile sind ja bei mir auch die Tasks. Okay, Coe ist es nicht. Muss ich hier machen? Ach, das hier, okay. Coe ist es nicht. Coe ist es für mich nicht. Der hat mich killen können und der ist auch in die gleiche Richtung doof gelaufen wie ich. Also der hat sich den gleichen Weg ausgesucht. Ah, hier. Ich könnte eigentlich warten, bis jemand kommt. Es könnte aber auch wieder ein Mörderer sein. Und der... Komm bitte einer. Komm bitte einer. Ich will das jetzt usen. Ich use das einfach mal. Mache mich rein. Green bin ich. A plus. A, B plus. Okay. So, was haben wir noch? Ich habe noch was hier in dem Nachbarraum zu duten. So, hier, ne? In der... Oh, in der Dusche gehe ich aber nicht rein, alleine. Äh? Geht das nicht auf? Achso, muss man draufklicken. Oh Gott, in der Dusche alleine? Uah. Seife. Nicht... Oha. Coe ist tot. Ich war's nicht. Ich war duschen. Oh, mein Gott, sind da viele Tonen. Ich war duschen. Also ich habe es noch ohne gefunden. Ich würde gerade hochgehen, Kabel fixen und ich habe nur Fabi aus der Richtung kommen sehen. Wo? Von oben. Also, Coe ist es nicht. Bei den Stromdingern. Coe ist es nicht. Der läuft nämlich genauso doof wie ich. Also, das ist schon mal fein raus. Ich habe Rafa gesehen gehabt zum Schluss. Aber Rafa ist ja tot. Ja, Rafa ist tot. Ich habe sie unten gesehen gehabt, wie sie an den Dings rumhantiert hatte. An den, ähm, Wasser, ähm, weil, wie heißt das, diese, äh, Schraubverschluss. Du hast da unten Schraubverschlüsse, die hast du auch unten drinnen. Da habe ich sie rumhantieren sehen und dann bin ich Richtung Decontamination gegangen. Also, ich bin, ich bin der Meinung, es ist Grave und Grounded. Die mördern hier alles. Der Benni haut sowieso jetzt die ganze Zeit nur auf den Button und beschuldigt alle anderen. Vor allem die ganze Zeit, ich habe eine Leiche gefunden. Der Grave redet gar nicht, der ist total still geworden. Ich bin die ganze Zeit nur am Rumrennen. Ich finde, ich finde halt nichts. Du bist ein Mörder. Du bist ein Mörder. Nein. Du warst es. Ich habe auch erst davon abgesehen, aber. Ich glaube, es war Fabi. Gravy habe ich halt auch. Schließ mich da mal an. Uh. Ich habe mich vergessen zu müden. Der böse Grave. Ich muss sowieso noch was machen. Hoffentlich werde ich gerade nicht mal. Komm jetzt hier. Komm. Komm gut. So, ich muss jetzt irgendwie hier irgendwo zum Fein. Schnell. So auf zum Fein. Schnell, 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 schnell. Ich habe nicht. Oh, häng nicht an der Kante fest. Los. Oh. Oh, zum Glück. Okay. Core. Core und Benny waren zusammen. Okay. Es ist. Für mich ist es immer noch der Grave und der Benny. Benny. Benny ist es. Der Benny ist überall. Und geht es. Okay. Fabi. Sicher? Hinter mir war Dex noch. Also ich bin, ich bin immer noch. Ich bin die ganze Zeit mit Core rumgelaufen. Ich bin die ganze Zeit mit Core und Dex rumgelaufen. Und ich bin dann eben da raus. Richtig. Und ich habe immer. Der Core ist jetzt plötzlich gestorben. Und hinter dem Core war immer der Grounded. Der Blaue. Die ganze Zeit. Ich war weg von euch. Ich war weg. Ich habe eine Quest gemacht. Er kam mir gerade entgegen. Ich bin für Dex. Ich bin für Dex. Ich auch. Das dürft ihr nicht tun. Ihr schmeißt den Feinchen aus dem Zug. Wir wollen jetzt sehen. Yes. Fabi muss auch. Hatsch. Oh, Benny. Du vermutest mich die ganze Zeit. Du hast doch für mich geworfen. Fabi, ich wusste es. Fabi, ich bin bei Dex. Ich war schon wieder Dex ist tot. Scheiße. Wir haben uns gegenseitig aus dem Zug geschmissen. Ja, vor allem. Ich bin Core 2 leicht. Und du sagst jetzt halt. Ah, ich war es. Ich war es. Sorry, Gravy nochmal. Ich dachte, die roten alle dich. Alles gut. Hat ja geklappt, der Plan. Praktisch, das muss man nicht durch Wände gehen. Raffi, mach mal den Kill-Cooldown auf 30 Sekunden wieder. Ja, genau. Ich wollte das mal ändern. Das war jetzt ein bisschen zu heftig. Weil der erste Report zwei tot. Der nächste Report fast alle tot. Echt heftig, der? Ich habe mich da so ein klein wenig durchgeputscht. Das gebe ich zu. Dann können wir eigentlich mal starten. Ich habe nur zwei auf dem gewissen. Ich weiß nicht. Du bist mit diesem Scheißauf, wo ich dran war. Weißt, wie Ewigkeit ich davon gebraucht habe. Du kennst nicht gerade ab, و Ich hab něans im understand. Ja, das происходит. Die Scheiße. Die Scheiße. Die Scheiße. Die Scheiße. Erstmal so ein bisschen spielen. Wir müssen jetzt sowieso alle da hoch rennen. Also laufen jetzt alle da hoch. Harlef war es, ich habe es durch die Kamera ausgesehen. Ich bin im Kameraraum und ich habe es gesehen. Ich habe auch, aber ich habe Harlef nicht gesehen, aber Harlef stand einfach irgendwo nachher in der Ecke rum. Wo warst du gewesen? Ich bin im Kameraraum, es gibt einen Kameraraum. Lass doch erstmal Raffi reden, sie hat die Leiche hin. Entschuldigung. Ich bin einfach nur runtergekommen, weil gerade der Alarm losgegangen ist und plötzlich stand da Benni und ist gerade umgekippt. Gerade in der Sekunde. Einfach so ramspumpt. Ich war gerade bei Dex. Ja und du warst hinter Dex und hast hinter Dex Benni umgebracht. Ich habe die Kamera unten mit Kor. Kor hat mich ja gesehen, wie ich an deinem Ding dran war. Ich habe die Kamera durchgeschaut und der Alarm gesehen. Und die Kamera denkt da. Hi Dex. Hi Harlef. Und dann hinter Dex ganz kurz. Wir sind gerade eben zu viert gelaufen. Harlef, ich, Benni und noch irgendein anderer waren. Wir waren gerade zu viert. Dex, du rufst vor. Benni ist hinter dir. Kommt Harlef, Harlef bringt Benni um und dann kommt Raffi von hinten. Ja, weil ich bin gerade hochgegangen und habe gerade in die Schalter gedrückt. Benni wollte auch, weil der Schalter drückt. Hast du gesehen, dass er den schon gedrückt hat. Ich komme runter und das fällt Benni plötzlich einfach vor mir zu rum. Und vor Benni über Harlef und dann Dex. Ja. Mixtrack und Eason eigentlich safe hätten sie schon zwei oder dreimal sowas von gegenseitig umbringen können. Ich bin nochmal hier. Haha. Vielleicht seid ihr als Killer. Ich mache also es gibt wo und ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt einfach die ganze Gruppe gesehen. Ja, Dex, 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 Dex. Hinter dir war Ben, äh, Ben, äh, Harlef und da war Benni. Und Harlef einfach, einfach Benni. Harlef war oben. Nee, Harlef wurde sogar von Raffi um sich abzudenken. Jetzt bin ich tot, by the way. Das ist es. Sound muted. Das Problem an der ganzen Sache ist, das sind 15 Sekunden wo wir nichts tun dürfen. Aber sabotieren. Sabotieren können wir machen. Das müsste ich eigentlich mal testen, ne? Ich gehe mal hier ganz kurz hoch. Und nehme ich mal hier. Was macht man denn dann? Ach, das läuft alles noch ab, ne? Ah, okay. Okay. Ich, jetzt kann ich glaube ich wieder killen. Das hat einen Cooldown. Hat alles Cooldown. Ich weiß gar nicht, okay. Ich muss jetzt erstmal jetzt jemanden finden. Irgendwas freundliches. Jemanden, der allein ist. Guck mal hier, hallo. Computer. Ich muss erstmal die Karte erstmal verstehen, wo alle sind, ne? Irgendwie... Wie kommt man denn hier rein? Oh mein Gott, ich komme noch gar nicht dazu. Sound resumed. Ich hab Halif gerade, ich war in der Kameraraum wieder. Und ich hab Halif durch so einen Tunnel gehen sehen. Ah, aber Halif stand eben neben mir. So was von Stone Core hat mich genau neben mir gesehen. Ja, nein, nicht in dem Moment. Das hat ein bisschen gedauert. Ja, Stone ist klar. Ja, genau, Alter. Ja, natürlich. Wenn der Strom ausfällt, kann man... Ey, so was von Stone. Wenn der Strom ausfällt, kann... Wenn der Strom ausfällt, kann man so ein Ding nicht machen. Das heißt, ich war bei Kameraraum... Hat mir aufgefallen, dass immer wenn Stone Killer war, dass immer andere beschuldigt hat? Ist ja normal, er kann sich ja nicht selber beschuldigen. Ey, also... Ich hab unten gerade einen Task gemacht, bin hochgelaufen, bin den anderen voll aus dem Weg gegangen, nur um nicht drauf zu gehen. Und dann... Oh, das war's. Oh, das war's. Obwohl ich neben dem Core stand. Ich bin safe, ich bin safe. Ich war mit Ruffy unter der Dusche. Bevor du das gemacht hast. War ich gerade im Kameraraum... War ich gerade in der Kameraraum... Und dann hab ich dich kurz alleine gesehen, wie du durch so ein Ding durchgehobst bist. Ja, genau. Da wollte ich drüber melden gehen, ging nicht, weil der Strom ist ja jetzt immer weiter ausgefallen. Ich würde sagen, was wir so... Wenn jetzt alle Stone gewartet haben und Stone ist nicht wahr... Dann ist als nächstes Halif dran. Was? Ja, das ist okay. Oh, Stone! Ob ihr da seht... Stone kann jetzt mal eine Runde in Lama schwimmen. Ja, weil... Das ist alles so ein bisschen suspekt für das Ganze, finde ich. Okay, selbst schuld. Alter. Halifas! Tschüss! Sound muted. Das sind immer diese, diese langen, ewigen 17 Sekunden, ne? Das ist so ätzend, ey! Das ist so ätzend! Ich muss echt mal wieder neue finden. Ich... Diese Löcher, die sind gar nicht so... Guck mal, die Karte ist eigentlich total überschaubar. Die Leute sind immer an einer gleichen Stelle. Oh, ich kann jetzt jeden Fall aufnehmen, oder? Die Leute haben das Gerät eine W notes, als рассказ wird. Mach dann zum Internet. Ich wäre ein사�leo, steig! Musik Was ist das blanket? Ko expanding das B rest imagines? ich komme einfach nicht dazu also ich war mit mit pau pau zusammen aber die grave greift ich weiß nicht bist du gerade durch ein loch geschlüpft und bis weg gewesen du hast plötzlich in einer ecke und was plötzlich weg ich weiß nicht genau ich war nicht und vorher war ich in diesem kleinen labor in diese busche glaube ich ich wollte gerade die tasse machen da diese doppel tasten kommt mir da fabi entgegen ja weil du gerade geklickt hast glaubt ihr werdet das noch ich bin nicht der meine dass es gewesen ist die raffi guckt was ich tue wir müssen sowieso jetzt ein bisschen warten machen wir irgendeine quest regeln träger regler wir könnten ja eigentlich sabotieren oder sowas aber ich verstehe das nicht das ist doch alles nur unter graut und da traf ich nicht so jahres leute das müssen wir mal so okay wir haben die quest gemacht jetzt immer weiter gehen wir mal irgendjemanden meucheln langsam hier also ist jetzt hier ist schon fertig gehen wir mal hier ich habe die papa hat gefunden also ich sagte ex was bitte also ich habe mein letzten task oben rechts gemacht wo man diese reagenzgläschen auswählen muss also ich habe die paupau gefunden aber ich habe jetzt keinen anderen von euch gesehen warte 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 welchen hast du zuletzt gemacht den mit diesen reagenzgläschen beziehungsweise an der kommunikationsstation war da noch mal einer ich wollte gerade sagen doch alle drei gerade zusammen wir standen gerade an der kommunikations ja ich habe das reagenzglas gemacht und dann kam ich habe ich noch mal einen fall bekommen der aufgeploppt ist und dann bin ich zu euch dann habe ich euch da stehen sehen also ich habe jetzt ich habe bei mir keinen gesehen ich habe nur die leiche gefunden also ich habe die leiche gefunden ich habe aber sonst nichts anderes getan das könnte ich natürlich machen aber ich war gerade unten bei der quest gerade eben dieses große rad drehen er lacht mir zu viel das raddrehen klingt so freudig keine ahnung ich habe keinen gesehen ich mach mal skipvote nein da falle ich einfach rein hier schweinehunde aber ich bin niemals durch so ein tunel das ist doch nicht ich wollte hier loswerden der mörder das erste war trotzdem so offensichtlich aber ich habe sogar nicht die kamera gesehen aber hat mich da sogar gesehen aber im endeffekt macht es halt sinn wenn dex auch neu im team oder dass der nicht sagt von wegen ah ich habe das doch gar nicht gesehen ich habe keinen gesehen da muss das doch gewesen sein ich habe keinen gesehen ich habe dem hallef nicht mördern sehen bei dex war das problem der wir drei standen zusammen fabi ich und gräbi und ich hätte raffi schnappen müssen und dex hätte sich fabi schnappen müssen ja benny aber es war so offensichtlich und dann ja ne der war das immer das ist schon mal sicher nächste runde ok los geht's habe ich die gleiche quest immer das gleiche ist nicht immer immer eine neue quest okay ich habe gerade versucht ich habe versucht die die erstmals alle zusammen aufeinander auszuspielen war natürlich gerade genau in dem moment pech gewesen muss man machen also hier genau pech gewesen dass sie gerade alle zusammen standen das habe ich natürlich nicht gesehen verbrechen neben dem raum ist auch und links direkt neben dem lave becken kurz vorm lavabecken lagern also ich gerade rechts oben und hab das mit den reagenzgläser mal gestartet aber ich habe niemanden gesehen ich war mitte unten da wo uns gleich alle wir sehen den strom dicken für die machen wo hast du gesagt haben zwischen dem lavasee und office und das office ist dass man ja in der mitte neben dem versammlungsraum office oder admin heißt das die aussage kann ich bestätigen denn ich habe über den rand fabi von links unten in die mitte richtung laufen sehen aber das war so gut also alle so ein bisschen verteilt gesehen ich habe nichts mitgekriegt ich auch nicht keine ahnung wir wir verfolgen jetzt den mörder mörder wie er schön in seiner gruppe mitläuft ich kann mal die tats glaube ich weitermachen sollte ich aber gebe ich auch mal machen sind zwei wie kann ich jetzt noch sehen wo kann ich denn auf der karte kann ich sehen wo die sind kann ich auf der wirklich auf der karte ist ich habe das gar nicht darauf geachtet ihr meintet ich hätte vorher die karte mal kontrollieren sollen auf der karte kann ich denn die mitspieler sehen jetzt gerade kann ich das natürlich nicht weil ich gerade gestorben bin was weiß ich nicht habe ich gar nicht darauf geachtet dass man die spieler mit sehen auch sehen kann doch mal gucken was gibt es hier ich habe hier eine leichte gefunden okay ich weiß aber nicht ob wir die schon gefunden hatten ich habe gerade in so räumen mit mit bildschirmen gabe ich habe gesehen also ich bin gerade unten gewesen also benny war mir ja ich habe sie die man bei mir in der nähe und ich habe stone nur eben noch gesehen die ankemen ist auch gerade in den raum reingekommen in dem ich war ich habe nur nicht mehr gesehen wer das war ich ich bin richtung communications gerannt ich war paliff noch neben gesehen er ist reingerannt und du warst zuletzt mit in dem raum also ich um korban unten links gewesen das heißt ihr arbeiten sehen ihr wart auf der rechten seite hier zusammen ich sag das war war ich kann ich kann ich kann ich kann ich kann und dings benny ist gerade reingekommen in den raum einzigen wir nicht gesehen aber benny und er hat mir nichts getan ja weil er hat schon jemand gekillt das vielleicht ja wenn er gerade gerade gekillt hat oder kann er sich nicht kill war doch gar nicht da wo das heißt er ist zu dir hingekommen und hat jetzt kam aus der richtung wo handel sagt ok es ist nein dass du warst nicht da wo die leiche gefunden worden ist aber du warst gerade in der nähe wo die andere leiche gerade war jetzt das heißt immer rechts oben vorher weil er kommt dann kann dann kann es nicht gewesen sein dann kann es sein wenn ich war doch gerade bei mir ja mit hale bin verwirrt ok nichts ich konnte gerade nicht reden ich bin doch tot tote menschen genome nüsse was es auch mal ist können ich reden so mal ja der mörder ist einmal der bing hier das ist das ist ja wieder hin wie der pau pau hinterher läuft hat es gesehen und dann konnte er ist jetzt wieder weggegangen ich weiß aber nicht wer der zweite ist wer der zweite ist so schnell hinterher ok wir gucken uns das jetzt mal an da ist der benny habt ihr es gesehen habt ihr es gesehen wie er den geschnetzelt hat und dann durchs loch verschwunden ist wo der benny macht das so gut dieser kleine fiese ich weiß nicht wo der steckt keine ahnung ich hab gekocht wenn ich wahl ich hab's gekocht ich hab noch gewertet ja ihr lieben wo der benny direkt am anfang im tag tut walter dicks was da komplett allein ja ich hab's gekocht